Die halten zusammen, jeder hilft zu jedem. Also das ist einfach echt in so einem Team, nämlich hat man dann irgendwann einmal arbeiten. Das wünscht sich, glaube ich, jeder von uns. Was ich jetzt schon weiß, nach den ersten Tagen, und das sage ich nicht einfach so, dass dieses Krankenhaus wirklich stolz auf seine Mitarbeiter sein darf. Alle Investitionen sind voll lieb und nett und sie haben so viel Geduld. Ich fühle mich als Praktikantin hier wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Es ist sehr schön, eine super tolle Team zu haben. Man fühlt sich total wohl auch einfach und ich habe vor der Kommunikation mit den Ärzten schon immer ziemlich einen Respekt gehabt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn ich etwas falsch mache. Und das ist da überhaupt nicht. Also ich fühle mich da sehr wohl. Die Kommunikation zwischen den Ärzten ist super, wirklich auf einer Augenhöhe. Im Nachdienst sind sie für alle Sorgen da, wenn man zu irgendeinem Patienten irgendwas braucht. Das hat mir auch gut gefallen, dass die dann sofort kommen und ein offenes Ohr dafür haben. Das ist absolut super, dass ich einfach in das Ärztezimmer gehen kann und um Hilfe bitten oder mich mit den Ärzten ganz genau absprechen. Und wenn ich es nicht verstanden habe, einfach zweimal nachfragen oder wenn ich mir unsicher bin. Und das finde ich wirklich super.